yo leute was geht herzlich willkommen zurück auf meinen kanal ich bin der terrotyp und zeige euch heute mal wie ihr den prestige klitsch auf euren account übertragen können also wie ihr ein prestige master auf euren account machen könnt ohne dass ihr es frei spielen müsst ihr braucht so zwei dinge einmal braucht ihr zwei controller und einen prestige master account von einem kollegen von euch und zwar zeige ich euch jetzt das ganze ist ganz easy und geht auch super super schnell also ist echt nice und ich werde auch dann den account den wo ich hier in prestige master gemacht habe den werde ich verlosen also das wird unter allen kommentaren verlost also ich mache dann einfach innerhalb von einer woche werde ich dann die ganzen kommentare in durch den zufalls generator laufen lassen und dann den gewinner feststellen also schon mal viel spaß damit und jetzt würde ich sagen fangen wir direkt an ich zeige euch das ganze mal und zwar ist es ganz easy ihr braucht es natürlich müsst ihr euch erst mit dem account einloggen denn wo ihr dann als prestige master haben wollt dann als zweiten account müsst ihr natürlich dann mit den einloggen mit dem wo ihr schon prestige master seid wie ich jetzt in dem fall gemacht habe sondern dann geht es ganz einfach dann drückt sie mit dem ersten controller geht sie zurück ins hauptmini wie ich da auch hingeschrieben habe von daraus drückt sie damit den zweiten controller x dann müsste ein bisschen warten bis das ladezeichen da weg ist und wenn das jetzt fertig ist sowie jetzt an mit dem zweiten controller x drücken dann sofort zwei mal x im ersten und dann sofort kreis mit den ersten und dann wenn er das gemacht hat die ganze zeit im zweiten controller x zu spämen also die ganze zeit xx die ganze zeit drücken und dann ist er eigentlich schon fertig also ihr müsst jetzt hier die ganze durch drücken so lange wie das halt da steht bis dann verbinden zum online dienst kommt weil dann verbindet er sich zuerst mit dem zweiten man könnte sehen jetzt ist mein prestige master der ist jetzt auf dem ersten platz dann müsst ihr mit dem ersten controller noch mal euch anmelden so und dann seht ihr sind wir prestige master level 63 also richtig nice und total easy alles was ihr dann noch machen müsst ist ein spiel suchen wie sie jetzt gerade machen und dann mit dem zweiten account also in dem fall mit dem ersten controller jetzt einfach rumlaufen und einmal sterben und dann könnt ihr beenden und dann ist das ganze gespeichert also dann habt ihr den prestige glitch und das wird auch nicht mehr gelöscht oder sonstiges und das war es eigentlich schon ich hoffe euch hat es geholfen wenn ja lasst mir ein like und kommentar da für die neuen wenn ihr ein abo da lassen würde würde ich auch sehr sehr freuen in dem sinne haut rein leute peace out und ciao